wass up boys nicky here today i have a special video for you guys i played in a rust charity badwars event against some big streamers like oritz captain michael crowley and more you will see some of my kills and the enemy povs as well relax and enjoy the video all righty let's fucking go we have not seen fucking minuten ne wir starten alle mit den rein das ist auch so generell eingestellt ich mache ein mixing table und stelle für 556 schon mal auf er weiß es soweit fertig also china war ja ja das ist alles gut ok grün gebaut wieder dass ich vom roof nicht getoppt und werden können mit so bikes und chillt auch immer noch in ihrer base crazy design neben uns hat eine kleine base mitte einer die 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 ab einen kill jeweils ist okay dann ist jetzt noch keiner draußen einer ist in der base die gieren sich gerade dann schon wieder ab einer kommt aus der base raus einer in der base nach und raus in der base halt das ist das weg das weg macht eine krisse oder so ich kann auch noch kurz warten dann müsste ich nicht vorrennen naja ich brauche einfach ja nee sonst die bauen die oder so nicht das ist das scheiße so schnell über mir um 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 Das war wichtig und richtig Mann, Jesus Christ. Ja unbedingt. Wir müssen jedes Set glaube ich das selben gefühlt. Ja ja, grün campt gerade. Kommt Richtung unsere Base. Ja ja. ich habe beide gehört auf jeden fall nämlich ab richtung 150 können micro abfangen der wird auch wieder zurück zur base kommen oder von der base kommen ja micro kommt aus der base ich habe ein problem ich finde nicht die sets moment in der full bricht rum aber da auf einmal rampen beide gleichzeitig hoch der bruder er ist schon längst zu hause hat er ist in der mitte alter und funji wurde auch gekillt funji wurde gekillt von team rickloff blau willst du überleben ja 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 ich bin jetzt wieder geert und komme weg hab ich den gekillt hast runtergefallen blau läuft richtung mitte heitert auch in mitte ich muss weg von der base ich werde sonst gerufen in der base right im compound compound die er der v war der v die haben so ein extra was geerdet ja 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 ich hab mal jetzt abhits Nicht gut, ne? Kein guter Trait. Nee, gar nicht. Hab einen Gericht. Sehr stark. Ah, er ist tot, was ist tot? Okay, okay, okay. Ich könnte eigentlich rein dritte schon looten, aber gerade eben hat da in der Mitte auch noch einer. Ja, vielleicht mein Cent looten und kurz noch titschen. Weil deren Cent ist ja egal eigentlich. Weil die sind direkt vor dem Base, wenn ich spawne. Der eine ist aber noch late erst. 3.800 Trap, 82 Walls. Nice. Sehr stark, sehr stark. Wir werden gleich Roofcampen. Wir müssen weg, wir müssen weg. Wir wollen denen keine Punkte schenken. Ja, ja, ja. Das ist ja gut. Ja, ist okay. Dann muss ich das Wagen vielleicht pushen nochmal hier ran, oder? Mitzel machen sie halt, ne? Aber wir gehen einfach. Ja, ja. Rot. Okay. Okay. Nice. Ich hab halt Giga die Performance issues, ne? Jesus fucking Christ. Ich hab halt 60 fps hier. 70. What? Ja, ich weiß nicht warum. Wir werden gecampt. Wir werden gecampt. Ich bin ohne. 50, 60, Gott. Na, der muss gecampt. Oh, ich bin da jetzt. Wunden, die haben gecampt. Crazy. Fuck. Ich sehe keinen. Nein, nein, nein. Team Grün raided. Team Grün raided blau. Wir müssen Team Grün intervenieren. Die sind schon auf der Base oben drauf. Die raiden dick hier rein. Fuck. Nicht gut, nicht gut. Blau hat eine kleine Base. Versucht mal Nails und so zu intervenieren. Ich hab drei Leitern an mir. Er war auf dem hoch, gerade oben. Ab, einen dead. Nice. Ab, Maiko dead. Ab, Maiko dead. Einer war outside. Ricklock dead. Hast du gehört, wo der gespawnt ist? Nee. Oh, Nails. Von unten, oder? Ich bin tot. Egal. Niki movement ist so ne Pussy. Ich bin dead. Halt's ab. Wann ist das Ding der Runaid again? Oh mein Gott. Fucking Nadespam. Ich werd so geflamed, das ist mir so egal. Die Kills nehm ich mit. War er außen for real? Hier auf der sicheren Seite gerade. Du kannst glaube ich dran. Du bist auf der Seite vom Airdrop. Na, ich geh looten. Musst du halt nur einmal andrücken, ne? Ja, ja. Nice. Boah, 4K-Strap und 24C4. Äh, unsere Base, unsere Base, unsere Base, unsere Base. Du kriegst nen Airstrike. Ja. Ja, 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 ja. Wir sind back. Aha, die steht doch noch wie ne 1. Müsste orange sein. Low SP, Low SP schon. Koh-Bi! Köb-Bi! Granada, o cara da granada. Eu matei, eu matei ele. Meu, ele acertou a granada em mim, cara, correndo, véi. Isto da? Isto da? Du noch close, orange. Isto da? Morri também. Caraca, o cara é bom mesmo, na granada. Mano, o cara é muito bom na granada. Mann, das ist doch nix, das ist doch hier nix. Lass doch mal den Papi machen, den Papi, den Papa. Wir müssen eigentlich direkt zu ihnen, ne? Jaja, ich hab das zu viel weggeschmissen. Ich hab's direkt von mir. Lass gehen, lass gehen, lass gehen. Ableitern. Mach nicht so übertreiben, übertreiben nicht, übertreiben. Ich geh nochmal einkaufen. Hab einen dead. Nein. Komm jetzt rein zu dir, ich komme bei dir. Ten oben drin. Nice, sehr stark. Guck mal. Ja kannst du, wieviel C4 hast du? Warte, was ist hier? Geh einfach runter, geh einfach runter, geh einfach runter. Achtung die Leiter unten ist weg gleich. Ich hab die einmal, ich blockier nochmal. Es blockiert nochmal. Schön, sehr schön. Hab keinen C4 mehr. Achtung gegen C4, Achtung du stirbst, du stirbst. Ne, ne, ne. Wir haben Betten, wir haben Betten, wir haben Betten. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Wir gehen back to base, wir campen base, wir campen base. Wir müssen base campen jetzt. Wir chillen nur noch base, wir haben die meisten Punkte, wir haben das. Ja, aber nicht lang, nicht lang, nicht lang. Wir raiden halt die ganze Zeit weiter, man. Aber jetzt sieht man halt Team C. Blau raided gerade Team C, wenn die das halt haben, wär vorbei, ne. Aber jetzt hat Fungi gekillt, ich gucke jetzt von außen, ob ich da den gekillt bekomme. Ja, was Leute liegt hier? No, das ist das, was ich jetzt? Hauptschnitte! Schnell, ist das jetzt? Ich bin rol fait auf, ich bin zurückgegangen. Ich bin lang grad auf, ich bin akabiert. Ich bin akabiert, ich bin, aber schwaал sie am Boden bedrocknen. Nein, nein, nein. Aber wir hätten das jetzt uns nicht erlauben können, dass die den Raid machen. Problem ist, die machen halt immer mehr Kills. Mal gut, auch nicht mehr ein Leben, gell? Ja, ja, ja. Chill, gerade bei Blau drin. Das muss ja eigentlich noch ein roter sein. Oh, Airdrop Mitte. Musst du looten. Bei den roten. Ich hab noch mal ultra viel Strap. Wollen wir kurz irgendwo noch rein? Ich hab auch unendlich viel Strap. Ich hab 40 C4. Wollen wir einmal, wenn Blau nochmal weggeht? Wir können Richtung A. G, A, G, A, G, A. A, okay. Wenn wir jetzt geradet werden, dann sieht es schlecht für uns aus, Mann. Wie komm ich da rein für A? Hast du gerade geschossen? Ja, aus Versehen. Das ist so ne Muck Base von Crowley, gell? Oh mein Gott, ich bin dead. Hab ich gepickt. Red. Ist egal, wenn wir gemacht werden. Es ist egal. Es geht gerade nur um Punkte, dass wir noch mehr haben. Jeder Frack macht's uns besser hier. Nein, er chillt an der Wall. Das hab ich nicht gecheckt, Alter. Fuck. Oh, 540. Wir werden geradet. Fuck. Okay. Sind aber erst außen. Sind erst China Wall. Ja, ja. Easy, easy, easy. Sind erst China Wall. Alles gut. Alles gut, Mann. Egal, wer uns raided. Versuche einfach nur auf die Punkte zu gehen. Von oben, oder? Fuck. Ja, von oben. Von oben. Von oben. Von oben. Von oben. Wir sind soweit safe. Wir sind soweit safe. Ja, ich seh, wo die reingehen. Ab Meiko. Von oben. Von oben. Ich bin net. Bruder. Mit Nades. Es ist so krank. Es ist so krank, Alter. Hab Meiko dead. Hab Meiko dead. Ist nur noch einer. Nein. Es spawnen. Es spawnen. Ich bin unten noch. Es down. Hast du ihn? Ja, ja. No way. Nein. Digga, er hat ultra geholfen auf den Dach. Doch einfach. Schokolade. Nein. Es spawnen. Es spawnen. Es spawnen. Es spawnen. Ich bin unten noch. Er ist down. Hast du ihn? Ja, ja. No way. Nice. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir haben 3 Minuten 40. Wir müssen einfach nur noch rausrennen und gegen andere Fracks machen. Er ist los. Ich bin raus. Dich? Hier hits. Hier hits blau. Blau. Richtung blau. Richtung blau. Südosten. Wir tönen gerade an der roten Base. Haben beide aber nur noch Coffee Can und so an. Wir haben auch keine Sets mehr. Aber wir müssen sie nicht fighten. Drei Hits. Zwei Hits. Wenn Trawley da die Fracks macht, ist es uns egal. Ja. Na, nein. Close bei dir muss einer gewesen sein. Von blau. Er war kein. Okay. Dann sind beide wahrscheinlich close in der Base. Und gehen für den letzten Raid. Ja. Schmeißen dicke C4. Wir müssen vergehen. Wir müssen vergehen. Wir müssen vergehen. Ja, ich geh schon. Wo sind die rein? Wo sind die rein? Wo sind die rein? Wir müssen إلى bands verschwinden. Wir müssen die nerven lassen. Wir haben. Wir müssen sie vor werden. Na, wir müssen versuchten. Wir müssen die rein. Oh oh, kann sein, dass ich wegkille, Null. Nee, okay. Nein, Toxic Bro kommt in die Mitte. Fuck. Aber ich glaube, das war der entscheidende Frack, Bro. Ich glaube, das waren die entscheidenden Fracks. Wir haben zehn Punkte Abstand, fünf Kills in einer Minute. Ich glaube, wir haben das. Und er war ganz unten in der Tür. Ja. Die kommen nicht mehr rechtzeitig. Geh nur noch auf den Raid von Ding. Halt nur noch blau weg. Geh aufs Roof und halt nur noch blau weg. Scheiß auf den Raid, den können wir eh nicht mehr kriegen. Nur noch blau muss weg. Schön, schön. Wir haben's. Das sieht sehr gut aus. Egal. Das ist mir so egal, ob du rein scheißt. Das sieht sehr, sehr gut aus, meine Freunde. Die fucking Underdogs. Wir haben's. Ja. Ja. Let's fucking go, man. Ey, sehr stark gespielt, man. Holy fucking shit. So muss es sein, man. Jesus. 100 Punkte. So holen wir das Ding. Aber wir haben die beste KD. Wir haben so elf, also von den Toten her. Ja, von den Toten. Ja, ja, ja. Wir haben sehr sicher gespielt, man. Ja, ja. Ja, ja.